Hallo und herzlich willkommen zum Community Let's Play Supremacy 1914. Wir starten hier unten im Bereich Marokko, West-Algerien, Ost-Algerien. Marokko ist momentan unter Bedrängnis, ist ja im Krieg mit Ost-Algerien und die südliche USA hat jetzt ebenfalls den Krieg erklärt und bombardiert auch schon die erste Provinz. nearby ist natürlich auch der große Trupp, hier hinten unterwegs, diese 111 Mann plus die Geschütze plus Panzerwagen und in der südlichen USA ist ja hier noch der nächste große Trupp gestartet. Der wird sich da auch noch irgendwo zusammensammeln und dann mit rübersetzen. Entsprechend sieht das jetzt für den Bereich Marokko, West-Algerien sehr schlecht aus. Spanien ist auch unter Bedrängnis, ist ja im Krieg mit Ost-Algerien und von daher wird das jetzt hier unten in den drei Ländern ziemlich zügig wohl zur Sache gehen. Ob da lange was gehalten werden kann, beziehungsweise ob da jetzt noch von den drei eine große Gegenwehr gemacht werden kann, ist zu bezweifeln. Spanien reagiert jetzt momentan auch nicht weiter, hat hier auch keine Truppenbewegung momentan oder so. Na, bleibt halt abzuwarten. Dann gehen wir mal rüber hier Richtung West-Libyen, Arabien. Ja, West-Libyen ist hier immer noch im Kampf gegen Arabien. Das Schiff ist zwar ein bisschen weiter gezogen worden, aber noch nicht in den Angriff übergegangen. Wir haben hier unten noch eine sehr, sehr große Truppenansammlung von Arabien. Da müssen wir abwarten, wer hier wohin kommt und wer hier eventuell wo anlanden möchte oder sonst irgendwas. Ost-Algerien hat hier unten natürlich auch noch einige Truppen zur Verteidigung. Das Osmanische Reich ist hier unten ebenfalls mit einigen Truppen vertreten. Dem Osmanischen Reich selber geht es ja derzeit auch nicht mehr im Kernland ganz so prickelnd. Konstantinopel ist ja schon länger gefallen und befindet sich ja auch noch im Kampf mit Rumänien. Italien nebenbei, das letzte bisschen was noch vorhanden ist, wird von Frankreich angegriffen. Demnächst wird wohl Athen fallen und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis Larissa fällt. Ja, dann kommen wir weiter in die Großmitte. Der Kaukasus hat jetzt auch noch Deutschland den Krieg erklärt, weil die Länder, mit denen der bisher Krieg führen, das ist eben zu wenig, das ist eben zu langweilig. Also wird auch noch Deutschland der Krieg erklärt. Deutschland zieht auch entsprechend Truppen schon von A nach B. Die Ukraine ist inzwischen von den dreien ja sowieso schon unter Hager bedrängen. Es hat jetzt auch nicht mehr viele Provinzen. Hauptstadt ist ja schon eine längere Zeit weg. Und Kiew ist jetzt hier von Österreich im Blick. Und wird da entsprechend auch demnächst fallen. Wir sehen ja auch, das ist ein ziemlich großer Trupp, aber es steht auch von der Ukraine noch ein bisschen was entgegen. Da kann die Ukraine eventuell nochmal einen kleinen Gegenschlag machen und da nochmal ein bisschen Stress verbreiten. Litauen selber ruhig, Russland momentan auch ruhig, hat ja seine Truppen hier vorne gesammelt. Hat seine Hauptstadt aber verlagert, nach hinten, nach Orenburg. Ist halt nicht mehr ganz vorne, hat halt große, große Vorteile, indem man die nicht so schnell verlieren kann, falls was passiert. Nordrussland zieht auch noch weiter Truppen zusammen. Besitzt mittlerweile auch ein recht ansehnliches Trüppchen, womit man ein bisschen was machen kann. Schweden hat sich an der Grenze hier unten Richtung Deutschland gesammelt. Gucken, ob da demnächst nochmal irgendwie was passiert. Ob die hier oben auch nochmal irgendwie mit vorwärts marschieren oder auch nicht. Norwegen ist da auch noch sehr, sehr ruhig in dem Gesamtrahmen. Dann haben wir noch ein bisschen Großbritannien. Großbritannien ist in Teilen hier in Kämpfen verwickelt gegen Ost-Algerien. Und ansonsten, ja, schwierig. Also hier unten, Calgary ist nicht an Großbritannien gefallen, sondern an Österreich. Jetzt hat Großbritannien halt nur die Option, sich mehr oder weniger ein bisschen zurückzuziehen und mal zu schauen. Hier ist auch noch so ein bisschen Kampf gewesen im März zwischen Großbritannien und Ost-Algerien. Da haben sie sich schon ein paar Truppen vernichtet. Ja, und dann gucken wir mal rüber nach Amerika. Amerika hat ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, den großen Vorteil, hier hinten für sich alleine zu sein. Die können sich in Ruhe angucken, was da drüben passiert und alles. Ein bisschen aufmerksam Zeitungen lesen, was die drei ja auf jeden Fall machen. Und dann können die sich jetzt schön drauf vorbereiten, irgendwo Krieg zu führen. Wir sehen ja auch allein schon, was hier die nördliche USA mittlerweile an Truppen zusammengesammelt hat. Dann haben wir ja unten ja noch die südliche USA, der hier auch schon etliches an Truppen zusammen hat und in Bewegung ist. Da ist gut was los. Und die drei haben hier halt eine schöne Position. Also, die ist gut. Die gefällt mir. Das ist soweit der Stand. Gucken wir in die Zeitung. Ja, Marokko, es tut mir ganz so leid, aber das kann ich leider nicht verhindern. Serbien gegen Österreich im Krieg. Serbien hat jetzt 61 verloren, Österreich hat jetzt 8 verloren. Dann haben wir den Krieg hier zwischen die südlichen USA und Marokko. Marokko hat 4 verloren, südliche USA kein. Klopp, klopp, kommt die gleiche Werbung. Dann haben wir noch Krieg zwischen Großbritannien und Ost-Algerien. Ost-Algerien hat jetzt 1000 verloren, Großbritannien 2000. Dann ist der Krieg hier zwischen der Ukraine und Rumänien. Ukraine 101, Rumänien 169. Dann haben wir noch Spanien gegen Ost-Algerien. Das ist der Trupp, der unten im Süden gewesen ist. Mit 3 zu 117. Wie gesagt, auch Festungen, Stürme, große Verteidigung. Das ist immer nicht so glorreich. Das geht meistens da hinten los. Und dann haben wir hier die Kriegserklärung von Rumänien an das Deutsche Reich. Dann haben wir noch ein paar Beschädigungen. Hier haben wir noch ein paar Revolten. Revolten. Ja, ja. Sabotage-Akte. Die sind natürlich auch mal gern gesehen. Und dann die eine Revolte in Pyrgos. Die wurde aber unterdrückt. Also kein Problem. Alles safe da unten. Passt. Ja, und jetzt müssen wir mal warten, was die ganzen Truppen hier weiter machen. Inwiefern, wer jetzt hier weiter vorkommt. Und von daher würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Hier sind wir wieder zurück auf der Community-Karte. Es sind ein paar Stunden vergangen. Ja, die nördliche USA sammelt immer noch fleißigst Truppen. Wir haben bisher noch nicht ausgeschifft. Im Vergleich zur südlichen USA. Es kann auch sein, dass die südliche USA erstmal den Brückenkopf bildet. Damit die anderen dann entsprechend nachkommen können. Auch Südkanada ist noch nicht weiter rausgerückt. Und die transportieren hier alles zusammen mit den Schiffen. Was ja immer vorteilhaft ist. Da dann unterwegs keine Moral verloren geht. Die südliche USA ist da schon sehr fleißig in Marokko zu Gange. Hat jetzt hier Rabat auch so weit runtergeschossen. Hat die ersten Truppen ausgesetzt. Und kann hier in Rabat auch entsprechend landen. Da kommt nicht mehr viel Gegenwehr. Hier hinten ist zwar noch ein Trupp unterwegs. Er braucht noch eine knappe Dreiviertelstunde. Ist aber jetzt schon auf 53% runter. Also moralisch sehr, sehr kaputt. Hinzu kommt, dass die Schiffe oder das Schiff hier hinten ja auf jeden Fall noch unterwegs ein bisschen rumschießen kann. Also da werden die zwei nicht mehr sonderlich viel Erfolg haben, um hier was ausrichten zu können. Und entsprechend wird die südliche USA über Nacht auf jeden Fall Rabat erobern. Und damit wäre dann ja schon mal die erste Landung geglückt. Hier kommt auch momentan keine große weitere Gegenwehr. Und dann dürfte hier hinten der Bereich recht zügig fallen. Und Amerika dann auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Brückenkopf haben, um dann hier hinten weiter vorgehen zu können. Also das dürfte auf jeden Fall keine sonderlichen Schwierigkeiten erzeugen. Und von daher passt das. Dann sehen wir hier hinten noch Spanien ein bisschen im Kampf. Wir haben hier noch ein Geschütz, was von Spanien hier hinten beschäftigt ist. Das beschießt hier gerade das Schiff. Das Schiff ist runter auf 75%. Ja, glaube ich zwar nicht, dass die Artillerie das Schiff zerstören wird, aber auf jeden Fall moraltechnisch etwas runterdrücken. Und dann ist Spanien hier hinten noch mit einem Trupp in seine südlichen Provinzen nach Adra. Aber ob da noch viel gemacht werden kann, wage ich auch wieder dezent zu bezweifeln. Da hinten ist nochmal ein Trupp von Marokko unterwegs. Auch wieder mit Gewaltmarsch. Noch acht Stunden unterwegs. Acht Stunden Gewaltmarsch bei 5% Verlust die Stunde. Das geht ganz schön an die Konsistenz. Bis dann ist das hier auch nicht mehr so groß wehrhaft. Muss man auch ganz ehrlich gestehen. Marokko ist auch noch dabei, hier ein paar Truppen auszuschiffen, die Richtung südlich USA gehen. Mal gucken, ob er es da schafft anzulanden. Ich glaube da noch nicht so ganz dran, aber das muss man sehen. Ja, dann ist ja Ost-Algerien ebenfalls immer noch im kräftigen Krieg. In der Form mit Marokko. Marokko zieht sich aber jetzt zurück. Und natürlich auch mit Spanien. Spanien wird ja hier unten beschossen. Ansonsten hat er demnächst ja wieder die Möglichkeiten, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Schiff hier unten, die Artillerie und diese eine Infanterie locker zerstört. Sollte also nicht das Problem sein. Ja, dann sind wir schon in West-Libyen und dem Provinzteil von Ost-Algerien. Da ist immer noch so die Lauerstellung gegenüber Arabien. Da ist dementsprechend auch noch keine Bewegung weiter. Dann sehen wir hier oben, dass die westlibische Truppe, die da steht mit dem einen Schiff, dass die Kanäer bombardieren. Ich denke mal, da wird auch der Versuch bald kommen, dorthin auszuschiffen und sich Kanäer zu krallen und zu erobern. Das dürfte, denke ich mal, auch funktionieren und keine sonderliche Gegenwehr mehr geben. Wir sehen ja, das Osmanische Reich ist schon sehr, sehr angeschlagen und so geht es halt auch nach oben hin weiter. Auch hier hinten die Truppen vom Kaukasus, die noch vorhanden sind, die werden hier derzeit beschossen. Gegen sieben Geschützen ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Tja, dann wird es hier hinten schon ein bisschen enge. Dann haben wir hier unten schon die Übersetzungsversuche von Rumänien aus Thessaloniki rüber nach Smyrma. Dann haben wir hier hinten noch nach, eher noch ins Meer hinein, also in den Bosporus hinein. Aber ich denke mal, da wird das anlanden Richtung Bursa oder so ziemlich bald erfolgen. Ein Schiff zur Unterstützung kommt ja hier auch noch, was da mit reinschießen kann. Tja, dann wird es schwierig. Ja, wir sehen hier, Österreich hat jetzt auch Serbien vollständig erobert. Hier oben kann sich der Kaukasus auch nicht ewig halten. Na, bei dem Beschuss, ja, was willst du da groß machen? Dann haben wir Russland noch, der noch sehr fleißig Truppen hier zusammenzieht, auch wieder vorverlegt in den Raum der Ukraine. Die Ukraine befindet sich ja ebenfalls noch im Kampf gegen alle anderen, die hier noch vorhanden sind. Litauen selber sammelt Truppen. Da ist auch noch nicht viel passiert. Hier hinten so, der restliche Bereich hält sich momentan aus allem raus. Also Litauen, Nordrussland, Schweden und Norwegen, die halten sich aus allem raus. Die machen da momentan gar nichts und warten einfach nur ab. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Kann man jetzt wieder darüber streiten. Sicherlich, die können sich jetzt angucken, wie hier unten sich alles gegenseitig auseinander nimmt. Aber irgendwann müssen sie ja was machen, weil sie dann schlicht und ergreifend einfach fällig sind. Also an dem wird ja auf die Dauer keiner vorbeigehen. Ich habe noch nie eine große Kriegkarte erlebt, die zu 6 oder zu 7 erledigt wurde oder beendet wurde. Also von daher, da muss schon noch was passieren. Dann sind wir im Bereich Großbritannien, Frankreich. Frankreich ist ja noch auf dem Weg nach Athen, hat Athen jetzt auch fast erreicht, 26 Minuten noch. Athen dürfte jetzt nicht die große Schwierigkeit darstellen und dann auch ziemlich zügig fallen. Großbritannien bezieht seine Truppen hier zurück nach Rom, kann sich dann dort in Ruhe noch sammeln. Ja, das ist so derzeit der große Stand der Dinge. Ein Blick in die Zeitung, Nachricht von heute Morgen und dann haben wir hier die großen Kriege. Südliche USA 4.000 gegen Marokko 9.000. Da wird Marokko auch entsprechend die Nierlage einstecken müssen. Wir haben ja gesehen, bei den Vormärschen, da ist für die südlichen USA das kein Problem, das aufzuhalten, weil einfach die Moralwerte von den marokkanischen Truppen so tief sind. Da braucht die südliche USA nicht mehr viele Einheiten, um das zu erledigen. Dann haben wir noch den Krieg Kaukasus mit 185 gegen Rumänien mit 95. Westlibyen, Osmanisches Reich mit 4 zu 7. Dann kommen wir Rumänien, Osmanisches Reich mit 10 zu 127. Also das war schon ein ziemlich herber Rückschlag. Dann haben wir noch die Ukraine mit 92 gegen Österreich mit 85. Und dann natürlich die Eroberung der restlichen serbischen Gebiete, insbesondere der Hauptstadt. Serbien 61, Österreich 8. Und damit ist der Krieg dann dort beendet und die KI ist dort verschwunden. Ja, und dann sind wir schon wieder bei Nachrichten von heute Morgen. Die haben wir ja alle schon mal gesehen. Vielleicht noch ein bisschen, was zwischendrin noch so passiert ist. Ukraine mit 101 und Rumänien mit 169. Das war es im Prinzip auch. Ja, viel mehr ist hier nicht passiert. Und von daher würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.